Jetzt, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Naja, ich war in der letzten Zeit etwas beschäftigt, deshalb... Naja, auch wegen Computer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hab ich hier... Einbrüche. Oh mein Gott. Ähm, ja. Sieht richtig geil aus. Aufnehmen, tut er. Okay, jetzt geht's wieder. Ähm, ja, ähm, war etwas beschäftigt, dummerweise, und... Das sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Ja, ich komm vom Thema ab. Ich war beschäftigt und, ähm, hat sich mein Windows mal wieder zerfleischt. Ich hab immer mal wieder solche Probleme, dummerweise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da muss ich jetzt das ganze Spiel neu installieren, neu runterladen. Und was kam dann? Oh, die Spieldateien haben sich gelöscht. Das bedeutet, ich musste das ganze Spiel bis hierhin nochmal neu spielen. Naja. Jetzt sind wir hier und wir spielen... ...weiter. ...und ich seh noch nicht mal... ...gegen... ...was wir spielen müssen. Sieht nicht gut aus für Gould. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Okay. Nehme ich den. Oh. Hey, hier. Ich glaub, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Cool. Ja, okay. Nehme ich jetzt mal so mit. Ah. Ja, okay. Vielleicht, äh... Ich hab mich noch nicht so ganz... ...seit, äh... ...fünf Stunden etwa... ...noch nicht so ganz mit dem Spielkonzept auseinandergesetzt. Haltet euch endlich vorwärts. Oh, treibst du nicht. Achso, ja, und, ähm... ...manche werden sich vielleicht noch an den Commander erinnern, den wir... ...in der ersten Stunde etwa... ...verfolgt haben in diesem Spalt. Wow. Überwart nicht schön. Naja, den kann man auch erschießen, hab ich bemerkt. Das sieht gar nicht gut aus. So. Ich weiß nicht, ne. Los runter, vielleicht ist er verletzt. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Tobiah dies zu sagen. Lade nach. Okay. Vielleicht wird sich das jetzt auch von der Logik etwas anders, äh, aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ende beeinflusst. Schaufen wir mal nicht, diesmal, bei diesem Spiel. Das wäre nämlich etwas bescheuert. ...undere Descent... ...departement. Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Ja. Das ist die Krähen verhungerlich. Achso, die. Okay. Äh, ja, superschön. Freedom grows from bloody end. Ja. Was zum Geier. Er trägt Arme Sachen. Der ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Oh mein Gott. Wer zum Teufel mehr zu was? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldat. 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Gut ist das sicher nicht. Kriegst du ihn nicht doch noch zum Laufen? Das lässt sich, ihn in die Werkstatt zu schleppen. Nee, ich bin Mechaniker, kein Zauberer. Scheiße. Aber ich sag dir was. Holen Schneidbrenner, dann schlachte ich ihn gleich hier aus. Ist es das wert? Oh ja, die Panzerung reicht für vier bis fünf Hammer. Können wir gut brauchen. Ja, von wie aus? Heute ist wohl jeder ein Plünderer. Weißt du das? Scheiße. Gott, da! Wer ist hin? Scheiße! Feuer in Raffner! Schenko erledigt! Komm nach vorne. Mit was Kleber im Wagen haben! Scheiße! Scheiße! Er ist ungeleckt! Ich bin nicht mehr auf wen anders fahren! Okay, weiter nach vorne. Moment, Ruck, das ist so hammermäßig. Ich weiß nicht, war... Ups, das war Logo. Auf dem Container! Schau sie aus! Okay, ich greife sie hin an! Gegner ist tot! Hefe sie zurück! Ich muss nicht hin undvidemment. Oh Scheiße Oh, das war vielleicht Überhaupt keine UTG, was ich gerade gemacht habe Oh, komm schon Viel Spaß damit Was, der hat sich hingelegt? Okay Ja, wie soll ich jetzt hier weiter gehen? Okay, vielleicht nicht Oh mein Gott Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken Achtung, Soldaten, 12 Uhr Sind wir entdeckt? Noch nicht Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist es sicher nicht Kriegst du ihn nicht doch noch zum Laufen? Wird lästig, ihn in die Werkstatt zu steppen Hey, ich bin Mechaniker, kein Zauberer Scheiße Aber ich sag dir was Holen schneit keine Adanze Siehst du da? Scheiße! Hey, Herr Erdmann! Unterwegs! Halt! Kalt! Okay, diesmal durch ich das Vielleicht etwas ruhig in der Frage ist, wie mache ich das? Ähm Ja Das sind unsere, gut Da kommt noch ein Abgriff Immer noch mehr über die Marikane, wir müssen weg Au Bin unterwegs Ich brauche hier Hilfe Seid wir unneutralisiert Trägt ohne Dekum Also ich muss sagen, das Team gefällt mir ganz gut Allerdings musste ich zielen Oder Ähm, ja Das Ziel umstellen Okay, das ist etwas viel Ich hätte gerne den zweifach Geh es hin Was? Was? Ach, ja Super Bestellt Genau dann, wenn es nicht gebrauchen kann Wie soll ich denn den abschießen? Wo denn? So Jetzt weiterlaufen So Hier vorne hatte einer M4 Genau Die würde ich gerne gegen Mikrosim austauschen Ja Wohin denn? Wohin denn? Wie soll ich denn jetzt hier durch? Okay Das ist nie Idee Wir stecken fest Schalt sie aus Oh 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 Ähm Nachladen Ich soll flechst Wo sind die? Feind bewegt sich Feind kommt aus der Deku Und bleibt liegen Feind ausgeschaltet Okay 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 ähm, oh, ich glaube oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, lauf scheiße, die Kerle gibt nicht nerv ja, bitte da hin komm, komm, ja, schön sehr schön alles klar keine Sorge, die kommen wieder hey Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten, das hilft doch niemandem sorry, aber ich gehorche eine höheren Macht als jeden, Captain Walker ah, jetzt erinnern sie sich an mich allerdings, ja, und ich bin nicht der Einzige oh, das hört sich nach einer Verschwörung an wie spannend ab hier geht's kein Zurück okay, ich hol mal eben kurz vielleicht noch ein bisschen Waffen oder Munition oder sowas oder ja, ich würde sagen bis zum nächsten Mal, das war's für heute tschüss das war's whoa Vielen Dank.